Hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls 2, Crown of the Sunken King. Ich bin der Kübel und ich raste hier heute noch aus. Ich habe ja genug scharfe Messer in der Küche zu liegen, also wird es für den Selbstmord auch reichen, ja? Ich sehe es vorkommen, wir kommen hier. Junge, bringt sich um, weil Dark Souls 2 DLC zu schwer ist. Oder Weilbaum halt. Ey, ich könnte es, ne? Ja, schieß Pfeile! Du blöde Kuh! Ins Gesicht. Bang! Voll in die Fresse. Harvel, lass es! Lass deinen Scheiß-Drachenzahn bei dir, Mann! Alter, ohne Scheiß, ne? Ja. Bastel hier die Musik und das wäre so geiles Outro, ne? Ja, was soll ich mit dem Schreiß drin? Vor allem, ich habe hier noch ein paar Messer zu liegen und der Piep geht ganze Zeit und Mitchell hat heute ruhig. Das ist ein Löchkäfer! Er frisst Käfer! Da siehst du, Mitchell ist ein Star, er will hier rein! Schießt da? Ich habe Löchkäfer gefressen, ich weiß nicht, inwiefern sich der auf der Schadensmodell auswirkt. die mensch war es zu büffeln wie viel schaden nicht reist wo die moly lauf lohnt sich sagte ja man aber übelst lässt sich runter klopfen fürs leuchtkäfer und dann halte ich überhaupt noch welche ja und da kam der Pfeil in die Arschliste nach geht's noch ein Stück runter wir sind die Gift- und Blutungsschaden sterben auf Gottes Willen Sauer wie lange muss ich mich da runter klopfen lassen weil sie nicht hätte ich hatten noch ein paar Millimeter ob es darauf hinausläuft weiß ich nicht ja toll ich habe keine Seelen aber was mache ich denn jetzt ein Hit noch und ich bin down ja dann fress jetzt ja geht nicht ich kann ihn noch nicht fressen lol das war wirklich mein Last Hit gewesen warte mal ich probiere ich probiere ihn mal mit Degen zu stechen vielleicht macht das ja mehr Damage oder wissen nicht Poison Damage Poison Touch was der hackt Prozent 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 Kollege ich bin für dich zuständig ich meine Kollegen da hinten lol lol loschen ok ah das ist das Ding uuuh ok ok ich hab ein kleines Problem aber ich kann den Käfer fressen ja bete doch nicht zu Gott wenn du den Käfer frisst mein Gott echt mal echt mal ja beschwör die nächste beschwör den nächsten einfach ne steh ich drauf ja komm schlag weiter auf mich ein ich steh auf Schläge ja besonders wenn sie von einem großen in Gold gewandten Mongo kommen der klappt auch mit denkst du den kann ich auch mit nem Köderschädel weglocken Kamehame Köderschädel er denkt dich so ja komm klopp mal die Glocke mal in dein Gesicht ja weißt du das schon wieder sehe hier werde ich ja nicht wenn ich zu Anfang versteinert werde ja schlag auf mich ein ja genau noch mehr mit Feuer und so steh ich drauf ja ich steh drauf wenn die Rosette brennt ja ne nur mein Hund jagt fliegen nice auu ja voll auf die Zwölf weißt du wie wie langsam mir dieses Glockengeräusch auf den Sack geht wenn er zuhaut äh hab nochmal ach komm während ich wechsle bekommt der Pfeil und gib mir einen von hinten rein und die kloppen Alf grad voll runter lass doch mal Alf in Ruhe aber andere lebt noch ne ja voll auf die Zwölf mit deiner Glocke ich hab's kapiert Alf darf noch nicht sterben Alf ist aber gleich tot tot, tot, tot tot, 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 tot in Austin irgendwie sind wir tot sag mal wie soll dies wie soll wie soll ein normalsterblicher diesen boss schaffen was mache ich falsch jetzt geht's aufs maul ich hab göttlichen segen getrunken ja jetzt beschwört ihr auch noch skelette ich hab die fast da wenn es gelöst wird ein typen nicht krieg sie nicht die ich nicht krieg sie nicht kiecht dann macht sie auf die ich sie nicht was ist kaputt kann nicht mehr denken vorbei was war gerade geflogen der monitor nicht wahr oder nein der controller ja gut ist ja deiner nur also ist mir egal tschüss das ist wenn es so ist mir egal